so geht's wieder los überleben angesagt genau eine weitere session beginnt noch kein weiterer tag ich bin ja echt mal gespannt bis mal dunkel wird ja eben noch ist nicht dunkel geworden was dann abgeht das liegt dort unten liegt dort was gasdorf portable das ist ein gasherd ich kann dir nicht mitnehmen ist ein gasherd ich habe ein gasdings hier liegt noch zeug jetzt mal wieder gucken jetzt wieder neues zeug gespawnt da steht ein zombie draußen ja aber du ich habe eine gaskartusche und ein gasherd aber ich kann nicht mitnehmen ich schmeiß holz weg weil wenn das irgendwann mal funktioniert mit dem essen machen hier draußen steht ein zombie soll ich mal keine ohne jetzt ist er weg wo ist jetzt hingegangen ich höre was hinter mir hinter mir stand gott hier draußen hinter dir hinter dir hol die waffe raus es geht ja schon das über los komm herr bleib stehen warum warum kann der durch wände laufen der hat die getroffen ja ich bin ja ich bin gut da ach der lebt noch nicht mich hauen jetzt ist ja mal wieder ein super start zum kotzen ich wollte eigentlich die andere ansicht machen ich schmeiß jetzt ein paar sachen raus hier ich behalte jetzt nur ein tape was gut ist verbinden wie kriege ich dann aus der taschenlampe die dings wieder raus die batterie wunderbar weil die taschenlampe schmeiße ich glaube ich weg was liegt hier für zeug rum batterie liegt hier rum toll firewood so da stecke ich mir ein hier war irgendwo noch eine dose hast du die mitgemacht habe ich gerade eingesteckt ja ich habe jetzt hier ist noch eine dose zu trinken die nehm ich noch mit ja dann müssen wir auf jeden Fall schauen also die sachen ich habe gerade Dosen unten auf dem Boden ne konservendosen wo ah ne das ist tape das hast du weggeschmissen wahrscheinlich was liegt hier holz aber verarbeitet das holz ne kiwi ne batterie warum hast du die hier liegen gelassen ne frische kiwi liegt hier wo denn da steht nicht irgendwie das die die nehm ich mal mit ich habe ne frische bananen damaged aber ich esse die jetzt schon die kiwi hast du schon wieder holen ich bin eh hungrig bei mir gehts aktuell ja jetzt müssen wir ja heute mal anfangen jetzt hier die stadt zu durchsuchen nein da ist ein zombie ja ich bin ja echt dafür dass man die zombies immer schon vorher tötet bevor die überraschen können hier vorne am wasser hier links hier rechts ach dort ja na den machst du ich guck von beiden her dort hinten läuft noch jemand ne dort kommt noch jemand gerannt wo ein zombie zu dir gerannt kommt der ach ein zombie warte geht wir gehen wir weg komm zu dir ok hat er mich nicht getroffen ich habe keinen verband mehr das ist halt echt gefährlich in den städten wenn ich jetzt zu anfang denke da haben wir kaum zombies getroffen ich glaube ich würde den ingame sound etwas lauter machen als ich höre die kaum also ich höre bei mir die vögel zwitschern ja das höre ich auch ist im auto was drin ich weiß nicht man kann hier halt alles öffnen guck mal die autos durch mhm toll oh hier ist nochmal so ein halter für die äh für eine waffe waffenhalter nehme ich auch mit ja das habe ich ja oben noch eben der kostet keinen platz ist gut ja ja hier liegt noch ein cappi dann bräuchte ich mal wieder irgendwo ein medical kit her oh ich dachte gerade da kommt jetzt jemand weißt du hast mich gerade voller schon mal drinnen gucken ach ne ja hier nochmal das gleiche durchsuchen ist auch langweilig wir gehen einfach mal weiter her aber das große haus hier das guck ich mal durch das hier die ecke vielleicht finden wir hier echt noch was brauchbares ja eine flasche hier liegen zwei rucksäcke hier liegen zwei rucksäcke battle damage kantine eine dingsflasche eine wasserflasche aber ich habe keinen platz okay ich habe keinen zweier platz oh das ist gut so eine flasche das ist gut wichtig so was brauchst du kannst du die mitnehmen bei mir wirds auch nehmen ich auch langsam knapp vom platz ich überlege jetzt gerade ob ich hier mein dings wegschmeiß sonst ich schmeiß den stock noch weg toilette in der toilette liegt was drin eine konservendose in der toilette in der toilette liegen sardinen nehmen wir mal mit also zu essen habe ich jetzt ziemlich viel ja essen was was vom platz her wirds jetzt langsam kritisch hier ist nochmal munition ach munition habe ich ja auch noch für dich eigentlich hier liegt auch noch was unten was ist das aber ich habe noch keine munition gefunden für die äh Probe 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 ein Seil Seil nimm mit ich bin du ist durch man das vielleicht trinkst du was ja ich bin nur hungry wo geht's denn hoch hier hinten hier links warst du schon neuer ja ja das was liegt hier oh medikit echt oh was denn da ist drin sehr geil was ist das dort noch und munition die nimmst du mal die munition ich nehme medikit oh hier ist nochmal munition wieder die falsche jetzt habe ich sieben ich habe jetzt schon munitionstypen 0357 und 7,6 mm wie viel platz brauchen das medikit viermal also zwei nach links zwei nach oben ach da muss ich was weg machen ich esse jetzt die chips auf wozu braucht man denn die bücher ich lass die bücher jetzt nimmst du viel platz weg nochmal ne trinkdose ich habe auch kaum noch platz ne ich brauche einen größeren rucksack ob das medikit ist wichtiger ja das medikit ist echt das hast du die munition hier genommen warte mal ich lauf jetzt gerade hier außen rum liegt noch ein medikit ey shit und noch ein portabler gaskocher da habe ich einen mit da hast du einen ja ist das ein stein stone oh man sieht ja sogar gleich was im medikit drin ist ja genau badly damaged spritze damaged ach hast du auch ein medikit gefunden? cool ah ja ja was mache ich jetzt aber damit man kann das nicht rüber ziehen da liegen schon wieder Bücher rum ey warte mal kurz dann haue ich bei mir man kann es ja vielleicht tauschen dann haue ich bloodkip badly damaged das könnte sein doch du kannst die sachen tauschen IV starter lass ich da das habe ich gut die spritze damaged und bei meiner ist nur worn ja dann müssen wir weiter hier wozu ist denn so eine saline bag da? ach mit der muss ich es ja aufnehmen das blut ne? ja irgendwie schon dann nehme ich mir nur warte mal ich schmeiß jetzt hier eine batterie raus ich nehme mir jetzt von dem medikit hier nur einmal verband zeug mit bandage den rest lass ich hier liegen im medikit ok man kann ja auch einzelne sachen rausnehmen da sonst noch irgendwas in den kisten rum scheiß bücher ey ja ich nehme jetzt eine landkarte wäre halt cool ich habe jetzt gesamt ich glaube das sind immer vier drei zwölf zwölf bandagen dann also das ist gut so viel bandagen wo war jetzt noch munition hier wo? an den stühlen so muss man gucken dort mach mal ist das? oh ne kiste ja kann ich es nicht da reinpacken? ne ich weiß nicht ob du das laden kannst dann dort mit munition dann kennert kommen wir neuen warum kann ich es nicht kombinieren ich kann es nicht kombinieren weil es verschiedene arten sind falsche größe ich habe auch nur munition vielleicht passt die bei dir hast du schon mal munition eigentlich geladen bei dir? 20 für rifle nein habe ich nicht weil ich nicht weiß wie warte mal ich mach mal use achso warte mal benutzen doesn't fit in sehr geht nicht doesn't fit ich habe noch nicht die richtige munition für diese waffe ok ich habe noch ich kann dir nochmal doch load ammo jetzt gehts ja hast du geladen jetzt? cool ich habe auch noch munition die könnte auch passen na gut ich lass die erstmal rein hier ja mir ist fast alles voll wie ist munition ist voll? äh ich mein achso aber das sind doch die gleichen im inventar split rounds chamber empty empty ist ja leer ne? leer ja leer empty ja load ammo split vielleicht mache ich den basebohrschläger weg weppen ist full und dann sehe ich nur noch die axt ab mache ich jetzt auf jeden Fall ist die waffe jetzt geladen ja den basebohrschläger würde ich auch weghauen gaskocher haben wir auch schon da mehr platz aber wenn man einmal rechtsklick macht dann kann man visieren soll ich mal auf die schießen? auf mich? ne ich wills ja mal testen ja aber nie auf mich na gut ach jetzt will meiner schon wieder trinken naja später gehen wir runter jetzt weiter gehts jetzt ja Waffe wieder wegpacken ach falsches Ding ja toll ich lauf dir noch nach gibts irgendwo noch ein zombie vielleicht? boah alter ach ich kann lieber probleme hier mit dem steuern hier hoch oder wo lang? nach rechts jetzt ne dann hier reingehen bist du in den markt hier reingelaufen? ich bin hier in so ein haus rein links oder rechts? tut das gott gewesen? gott was gehört? berge cargo pants habe ich schon an ich war das ja boah hier sind masse schuhe haha ach die kann man in den nähen das sind nur solche ach ne nix cappi ach du bist hier runter gelaufen ich dachte du bist hoch gelaufen dann lauf ich mal kurz hoch ja das ist ja mal geil aber die kannst du nix machen ach so hier liegt was aber er da hier liegt was aber er da andere munition oh ne was machen mit der ganzen munition? willst du mitnehmen nur? ich bin zu viel platz weg ey ein ach das ist nur ein ding eine patrone ja wenn's das übelste gewehr ist ich hab schon mal ne rote davon die so aussieht die ist bloß rot ich glaub ich noch elf schuss buckshot das ist ja äh ich bin jetzt raus in den innenhof hier gelaufen nach rechts ok ich bin schon wieder runter ja ich werd verrückt im brunnen gefunden jetzt kann ich die wasserflasche füllen das teste ich jetzt mal also mal mitten in der Stadt jetzt hier nimm mal die flasche na da kann er gleich was trinken das ist gut ich will nix trinken ich will jetzt da rein füllen drink drinken yeah ja kein Durst mehr ähm was trinken wir noch ups so gut wie kann ich die denn füllen ja das mach mal viel spaß ah oder ich muss mir die hier runterlegen nimm die mal wieder weg was kann man denn noch so schön ist hier das geht irgendwie nicht schwierig bei mir wird immer noch der basketball schläger im inventar unten angezeigt ich hab schon gar nicht mehr mit doch hast du doch noch das ist die achse hier ist die achse ne die achse ist so da garage was drin hier liegt doch was da ist doch eine mütze da ist doch eine mütze auch eine wollmütze oh was ist das eine jacke wo ja blue hoodie ne ist eine hoodie bloß ja so eine regenjacke wäre doch ganz cool mit mehr fächern oder sowas ne wäre noch gut radio hier ist so ein ding ne wie hast du da reingeguckt einfach nur dann einfach mit inventar geöffnet noch ne nix dran weil das ist ja auch munition drin yeah es nehm ich mit genau die munition die ich brauche mhm das ist gut das liegt hier unten jetzt habe ich noch einen schuss über lass ich fliegen doch so eine maske liegt hier rum in dem seitengang ne ja ich lege jetzt meine auch weg die branche hin die nimmt bloß platz weg ich habe jetzt auch schon diese klamotten rausgeschmissen weil das das wird echt zu viel also ich habe jetzt schon 40 schuss munition plus einmal ist sie geladen bist du bei mir ne bist du noch hier drin ne hier oben rechts von dir ach du bist schon hochgelaufen ich suche halt jetzt immer noch ein zombie den ich mal im kopf schießen kann ich will mal kurz gucken wo wollten wir jetzt noch hin zu welcher stadt wir wollten eigentlich jetzt wir sind ja in polana wir wollten eigentlich nach gorka hoch ne irgendwie so hieß das ja gorka oder so da kommt ein zombie wo nein 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 ist das schwierig zu schießen oder so nö ging wie viel schuss habe ich denn jetzt lasse es jetzt habe ich dreimal geschossen richtig insgesamt ja nicht dass du die ganzen zombies an lockst ja er steht nicht da wie viel schuss ich habe ich wollte ja noch mal gucken ob es hier was gibt mit dem haus gewehr ist voll es kann kann es sein dass man kein dass es noch keine zählung gibt keine ahnung bist du in dem großen haus rein ja ja gut das schauen wir jetzt noch und dann würde ich sagen machen wir uns mit der nächsten session dann auf nach gorka dass wir dann schauen dass wir hier mal in die nächste stadt kommen das war jetzt mal eine relativ entspannte session außer der eine anfall wo du gleich wieder gebissen wurde es zu anfang ja ja super hier und dem dem ding saß dran in sowas guck ich ja auch immer gerne rein weil aber hier findet man meist nur werkzeug dann ne ja besser als nix sind das apfelbäume naja klar das ist ja natürlich auch geil ich bin radioaktiv verseucht warte warte du meinst speichern ja hier im haus drin ja hier vorne unten weil wenn man dann nämlich starten und man ist draußen und dann steht ein zombie vor dir doch scheiße ja wir bleiben hier drinnen unten in der küche machen wir erst mal schluss für heute machen wir erst mal schluss für jetzt genau nächstes mal geht es in die nächste stadt genau dann geht es wieder raus aufs land sind wir erst mal ausgerüstet jetzt schaut ganz gut aus genau also bis dann ciao bis dann bis dann bis dann